hallo freunde hallo kameraden ich grüße euch herzlich willkommen auf meinem kanal grüß gott allesamt miteinander es geht weiter mit dem thema thomas gast was denkt er über frauen das thema gestern war eben das gleiche ich habe sehr viele kommentare erhalten von euch männern von männern und frauen gleichwohl und die kommentare sind herzlich sind gut und ich hätte ich nahm sie mir zum herzen und ich gehe heute auf einige kommentare noch mal ein bevor wir soweit sind ein kleines zitat von paul coelho und das betrifft frauen wie männer gleichwohl eines tages wachst du auf und wirst nicht mehr genug zeit haben um die dinge zu tun und denen du immer geträumt hast paul coelho ja mein spruch habe ich vergessen no coffee no worky ich hoffe hier in meinem auto warum weil draußen ein bisschen unwetter ist also ton und licht sind nicht optimal aber draußen viel zu viel wind es würde zu viel collateral damage generieren ja no coffee no worky so ich habe natürlich auch sehr viele zu dem thema sehr viele mails bekommen und feedbacks bekommen von männern und diese männer oder viele männer sagen eben thomas pass auf du stellst die frauen hin als wären sie göttinnen ja alle frauen sind das hals der erde und so weiter etc pp ja habe ich gemacht stehe ich dazu aber im endeffekt gibt es auch bösartige frauen bösartige alleinerziehende mütter die die männer ganz einfach abzocken that's the point leute männer das weiß ich ich bin dadurch wir kommen gleich noch mal zurück ich bin da durch aber all dieses bösartige das bösartige das nimmt nichts von dem respekt die wir männern diesen frauen trotz allem sollen dürfen und sollen diese frauen machen den job und wir sind manchmal ganz fein raus außer hier oben der macht dann manchmal klingelingeling aber wisst ihr was männer wir müssen dadurch wir haben gewisse selbst generiert selbst erzeugt wir müssen dadurch wir müssen das aushalten können und ja es gibt frauen die zocken die männer ab wenn sie alleinerziehend sind die machen auf eine art und weise dass die männer die väter ihre kinder nicht mehr sehen können oder nicht mehr so wie sie es wollen da kommen die väter am wochenende zu den müttern ja zu den alleinerziehenden müttern wollen ihr spross abholen und es geht nicht spross nicht da mutter zieht rum etc pp dann geht es auch oft um unterhalt ja wo die männer kräftig abgezockt werden und dann eben wird von seiten der mütter den kindern erzählt was der papa doch für ein schlechter mensch ist was für ein banditer ist und was alles gemacht hat also ihr wisst um was ihr wisst um was es geht von was ich rede da da finden dinge statt die müsste nicht stattfinden ja man hat sich ja doch mal geliebt wo ist das alles hin alles futsch und wir sollten damit aufhören ja und jedes mal wenn wir männer dagegen ankämpfen dann leidet das kind also sollten wir davon weggehen und sagen aber ich will doch mein recht ich habe doch auch mein recht ich will auch erziehen will mein kind auch sehen okay alles gut alles gut und alles schön aber wir sollten denn da mehr ans kind denken ja und wie gesagt diese ganze show von irgendwelchen mamas bösartigen mamas die nimmt den wert der frau nicht weg denn sie ist es trotzdem die den job macht das meine ich damit ja jetzt gehen wir über zum nächsten thema ja sonne kommt wieder raus was das licht natürlich nicht optimal macht aber ist egal ihr könnt mich sehen ihr könnt mich hören gut ist gut was sie uns männern von frauen erzählt haben ja was sie uns männern über frauen erzählt haben sind drei dinge frauen kann man nicht trauen die können nicht treu sein frauen müssen funktionieren und frauen sollten bis zu einem gewissen grad emanzipiert sein jetzt gehe ich mal von meiner warte auf von meiner sicht auf all diese punkte ein frauen können nicht treu sein den kann man nicht trauen warum gehen frauen fremd warum gehen frauen fremd ganz einfach weil der mann nicht in seiner männlichkeit ist seiner gehalten männlichkeit ja weil der mann es nicht schafft den frauen schutz sicherheit und führung zu geben ja und weil der mann in seinen aussagen nicht klar ist wenn du nämlich klar kommuniziert du pass auf ich bin mit dir zusammen du bist meine frau in dein mann und ich möchte nicht dass du irgendetwas während du mit mir zusammen bist mit anderen männern hast wenn das der fall ist oder sollte das der fall sein oder werden werde ich dich verlassen ja das heißt du musst in seiner gehaltenen männlichkeit sein du musst dich gut fühlen in deiner haut du musst den prozess des mann werden schon fast rum haben ja du musst der stabile anker sein der fels in der brandung du musst der frauen schutz geben führung halt und sicherheit und du musst klar kommunizieren unter diesen unter diesen umständen entschuldigung geht dir keine frau fremd ja ich weiß dass ich weiß ja gut kommen wir mal zum nächsten punkt frauen müssen funktionieren frauen müssen funktionieren was mir da einfällt spontan ist weiblichkeit gebären also kinder auf die welt bringen ich erkläre nicht den frauen also ich habe mit vielen frauen darüber gesprochen weil ich mich selbst betroffen hat vielen frauen erklärt man wenn es dann um baby kriegen geht und ums kinderkriegen dass sie nicht gebären können und dass es äußerst brutal schmerzhaft ist und dass sie das gar nicht schaffen würden ohne eine ganze ganze armada von ärzten von tausend hebammen und hier und da und scan und tausend untersuchungen und chefarzt und kaiserschnitt und was weiß ich tote und teufel für mich persönlich und das engagiert nur mich doch meine frau ist das alles humbug warum beispiel meine beiden kleinen kinder meine beiden kleinen kinder joffiel und emilu die haben wir bei uns zu hause auf die welt gebracht im birth pool im geburts pool da war beim zweiten mal beim job nicht meine hewa mit dabei bei der emi da war nur meine frau ich das ungeborene und eine hebamme daheim die burtspool und beim joffiel da war nur meine frau das ungeborene und ich keine hebamme da war ich die hebamme ja meine frau hatte eine leichte geburt sie konnte das sie wollte das und das ist eigentlich der absolute normalfall aber den frauen von heute erklärt man nein du kannst das nicht es wird schwierig es ist immer schwierig es tut immer scheiße weh und es kann in den meisten fällen oder wird in den meisten fällen immer kompliziert da muss der doktor herr eine ganze armada von krankenschwestern ja fünf hewamen kaiserschnitt fast sicher ich meine mal unter uns kaiserschnitt bringt den ersten sehr viel kohle jede zweite oder dritte geburt findet statt per kaiserschnitt warum wohl ja nicht weil es nähe komplizierte geburt ist sondern weil die ärzte damit wahnsinnig kohle machen das der point aber den jungen mädel sagt man geburt ist scheiße du kannst das nicht du musst ins krankenhaus das ist ein medizinisches ding obwohl es eigentlich ein menschliches ding ist geht mal in die naturvölker rein schaut euch da mal was ab und es ist wirklich so es ist so natürlich kann es zu komplikationen kommen das ist klar aber das ist wie alles auf der welt es kann in jedem bereich des lebens zu komplikationen kommen der so point auch bei der geburt aber das ist das ist die ausnahme das ist die ausnahme aber den mädels erzählt man ne geburt oh weia scheiße schaffst du nicht kannst du nicht das ist das ist unmenschlich und das ist falsch das ist grundfalsch jetzt kommen wir mal zum nächsten punkt man erzählt uns männern ja wir hören das von allen seiten frauen müssen bis zum gewissen grad oder überhaupt emanzipiert sein da bin ich einer vom alten schlag ich will keine manche ich will keine emanzipierte frau ich möchte für mich ein heiles gefüge haben ja man frau familie kinder ich fühle mich wohl in der männerrolle übernehme meine verantwortung ich bringe die kohle ran ich bin außerhalb des hauses der boss ich bin der leader an mich kann sich jeder anlehnen ob frau oder kinder ja ich bringe die stärke ich bringe die kohle ich bin der mann der verdient und das ist gut so die frau die möchte ich eher in der rolle haben jetzt nicht am herd nein kein dummchen am herd nein ganz und gar nicht wisst ihr wie ich meine frau nenne daheim hauptfeldwebel oder manchmal sogar general weil die die mega aufgabe hat daheim alles zu managen und das ist nicht nicht jetzt nur irgendwie am herd stehen und kochen nein das ist alles alles was anfällt im sozial gesellschaftlichen bereich ja das fängt an bei der erziehung der töchter den sohn übernehmen gerne das ist mein job den lasse ich mir auch nicht nehmen erziehung der töchter die töchter frau ziehen das ist alles was mit nahrung einkauf versicherung relation nach außen kommunikation schönes heim alles was macht dass wir die familie dass wir uns wohlfühlen können und das ist ein mega job das ist schlimmer wie fremden legion ja deswegen sage ich wie mon general wenn ich heimkomme ich bin ja unten ich habe und mein büro wenn ich hochkomme in dem bereich der frau wo sie eine essentielle rolle spielt als geliebte als mama und als der ganze rest und das ist sehr viel da gebe ich meine macht ab und sie übernimmt diese macht bei uns im haus ist die mama oder die geliebte die frau die macht that's the point ja und ich möchte nicht irgendwie eine frau haben die gleichwohl mit mir auf die arbeit sie begibt abends heimkommt und daheim irgendwo läuft alles aus dem ruder alles kommt zu kurz jeder fühlt sich vernachlässigt und das ganze gefüge ist nicht mehr intakt das ganze gefüge ist nicht mehr intakt wenn beide arbeiten und wenn beide früh die kinder abgeben abends oder nachmittags späten nachmittags die kinder wiederholen und es ist einfach nur erlebbar eine ambiente das willst du nicht ja und deswegen sage ich ich möchte keine emanzipierte frau ich möchte daheim eine stärke eine weibliche stärke ich möchte meine frau ich möchte die geliebte ich möchte die mama meiner kinder und ich möchte mich gut fühlen in dem ganzen gefüge ja frauen können das ich weiß die frauen können die ärmel hochkrempeln sie können arbeiten können auf die arbeit gehen aber das muss das muss das muss das muss uns nicht mehr bewiesen werden das ist ein fakt ja das alte gefüge ich nenne das immer denn die natürliche ordnung die natürliche ordnung und ich bin auch der typ der sagt nein wir haben nicht 146 geschlechter wir haben mann und frau so wurde das von gott gewollt so findet das größtenteils in der tierwelt stadt okay ich weiß es gibt tierwelten die ticken da anders ja und man kann man da geschichten erzählen ist alles gut und schön aber ich bin jemand der hält am alten natürlichen order fest ja wenn wir da mal rüber schauen was jetzt wieder abgelaufen ist bei den olympischen spielen das war das war monströs das war eine beleidigung unserer religion das war satanistisch alles was ihr wollt aber das war nicht das normale order da will man diese ordnung dieses natural order auch mit kaputt machen gleichwohl wie unsere religion das war eine verhöhnung der menschheit ja also liebe leute ich sag's noch mal für mich ist die frau das salz der erde die frauen kann man nicht genug respektieren für alles was sie schaffen dass es bösartige frauen gibt die die gunst der stunde ausnutzen ja das ist uns klar aber das sollte uns nicht abschrecken oder davon abhalten der frau den stellenwert zuzumessen oder beizumessen den sie in unserer gesellschaft und in unserer kleinen familie inne hat und inne hat und inne haben muss der ist der point ja und ich sage euch noch was wenn die frau zu emanzipiert ist auf die arbeit geht abends heimkommt dann ist sie am rande dann ist sie am rande der depression sie sucht sich selbst sie sucht ihre weiblichkeit ihre feminität und all die die frühen akten körperchen ich spreche von frauen auf die arbeit rennen und denken sie bringen die mordkohle heim haben einen interessanten und wichtigen job diese frauen die tun einen abends leid weil sie da beim glas wieskühl beim glas wein da hocken und sie fragen stellen wer bin ich was mache ich wo ist meine fraulichkeit meine feminität wo ist das alles hin ich mache hier etwas wozu ich nicht geboren bin was nicht mein job ist es ist nicht mein job den job vom mann zu übernehmen never und wie gesagt das einzige was ich übernehmen möchte daheim das ist die erziehung meines sohnes zum warrior zum krieger zum mann das lasse ich mir nicht nehmen so liebe leute ich wünsche euch allen gesundheit ich wünsche euch all das was ihr euch selber wünscht ich wünsche euch die geilen champagner fäden trinkt 1 2 3 aber trinkt nicht so viel ich wünsche uns allen schutz sicherheit und frieden und gerechtigkeit amitielle schon her euer thomas gast by the way mein name ist thomas gast und mein motto ist krieg ist scheiße jetzt aber hurra die ganz was kostet die welt no coffee no worky den trinke ich jetzt ja ohne euch tschüss servus und danke fürs zuschauen und ich bitte um reichlich kommentare aber immer auf augenhöhe immer nett bleiben immer respektvoll denn sonst ich möchte eine geile community die sich die sich im austausch in der kommunikation gut und respektvoll und tolerant dem anderen gegenüber verhält ja dankeschön wie sie tschüss tschüss bye bye favel und bis gleich